Guten Abend miteinander, ein aktuelles frisches Angebot bei GOB sind jetzt natürlich Melonen. So eine kühle Wassermelone ist auch eine saftige Erfrischung und die zuckersüssen Honigmelonen schmecken leicht mit Pfeffer bestreut besonders gut. Bei GOB gibt es jetzt ein einmaliges Pfannenangebot. Die Teflon Silverstone Bratenpfanne hat einen speziellen Dampfdeckel mit Lüftungsregler. Diese Bratenpfanne ist besonders energiesparend dank Teflon Silverstone und einem 5 mm dicken Aluminiumboden. Und hier noch ein modisches Bekleidungsangebot in den GOB Center und GOB Warenhäusern. Farbefrohe Unterwäsche für die ganze Familie. Attraktiv kombiniert für Damen, aber auch im richtigen Schnitt für Kinder. Uni oder bedruckt mit modischen Dessins. Diese Unterwäsche ist in einer gesunden Qualität, nämlich aus reiner Baumwolle. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei GOB zwei Grillservilla 150 Gramm für nur 1,90. Zwei Dosen Middies Sweetkorn statt 2,60 nur 2 Franken. Zwei Becher Tamtam Flan statt 95 nur 75 Rappen. Und nur morgen, über morgen und am Samstag. Zwei Flaschen Sonnenblumenöl statt 97 nur 6,90. Naturreine Fruchtsäfte Happy Day. Zweimal ein Liter Orangensaft statt 2,60 nur 2 Franken. Und zweimal ein Liter Gräppfrüsaft statt 3 nur 2,40. Französische Charentais Melonen. Das Stück nur 1,70. Hier noch der aktuelle Preisschlager. Bei GOB gibt es jetzt zwei Rollen an 33 Meter Frischhaltefolie für nur 2,20. Auf Wiedersehen. Bis nächsten Mittwoch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.